Guten Abend und herzlich willkommen zum dritten Live-Webcast für Privatanlegende der Deutschen Telekom. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Christoph Greitemann aus dem Invest Relations Team. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Mit dabei hier bei uns in Bonn herzlich willkommen Tim Höttges, CEO der Deutschen Telekom. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite und guten Abend zusammen. Später zu uns in der Fragerunde sind mit dabei vier der bekanntesten deutschen Finfluencer. Das ist Markus Koch, Christian Röhl, Lisa Osada und Max Gamperling. Wir haben wie immer eine Stunde, 19 bis 20 Uhr, damit Sie entspannt im Feierabend teilnehmen können. Ich hoffe, Sie haben es sich gemütlich gemacht. Interessanterweise übrigens immer mehr Abrufe unserer Videos kommen über TV. Insofern, wenn Sie jetzt auf dem Sofa sitzen, machen Sie es gemütlich. Tim Höttges startet jetzt gleich mit einem kompakten Rück- und Ausblick. Danach geht es in die Fragerunde. Ich erkläre dann nochmal genau, wie das abläuft. Tim, wir freuen uns sehr, dass du hier bei uns bist. Vorab zum Rückblick und Ausblick zwei Fragen. Dir ist wichtig, Privatanlegende mitzunehmen und einzubinden. Beispiel Hauptversammlung. Das ist für dich nicht nur eine juristische Pflichtübung, sondern du nimmst das ernst als Chance für Interaktion. Zum siebten Mal in Folge beste HV-Rede. Dafür bist du ausgezeichnet worden. Das fällt nicht in den Schoß. Du warst bei Markus Koch im Dezember. Live-Webcast, viele Fragen beantwortet. Über 80.000 Menschen erreicht. Instagram, LinkedIn. Als wir dich jetzt gefragt hatten, kommst du hier zu uns dazu? Sofort Ja gesagt. Aktienkultur in Deutschland, das ist unüblich für einen CEO. Was treibt dich an? Also erstmal, jeder, der eine Aktie hat in der Deutschen Telekom, ist auch hoffentlich oder auch ein perspektivischer Kunde der Deutschen Telekom. Und wir leben von unseren Kunden. Das Zweite ist, ich glaube, dass die Telekom am Anfang vieles falsch gemacht hat, als es um Aktienkultur in Deutschland ging. Und wir haben viele Menschen auch verschreckt in den 2000er Jahren. Und ich finde, wir haben eine Verantwortung, auch da irgendwie ein Stück weit wieder Dinge gut zu machen. Wir brauchen junge Menschen, die in Aktien investieren. Wir brauchen einen Staat, der in Aktien investiert. Für unsere Renten wäre ich wirklich daran interessiert, dass wir ein entsprechendes Aktienkapital beim Bund angelegt hätten. Stellt euch das mal vor, wenn wir das in Hightech-Werten angelegt hätten, wie sicherer unsere Renten werden gegenüber dem, wo wir heute stehen. Ich möchte aber auch junge Menschen mitnehmen, die einfach andere Medien suchen, sich aber trotzdem für Hightech-Werte interessieren. Ich bin immer bei TikTok, ich bin immer bei Insta unterwegs und ich sehe, dass diese Fintech-Leute enorm gut über Aktien informieren, zeigen, wie eine Aktie funktioniert, die Quartalsberichte berichten. Und ich selber nutze das, um mich zu informieren, anstatt irgendwo lange Sell-Side-Reports zu lesen. Und das Letzte ist, mir geht es auch darum, radikale Transparenz zu haben. Wir leben in einer Gesellschaft, wo immer alle Informationen auch ein Stück weit verkürzt oder vielleicht sogar gefälscht werden. Und unser Prinzip ist es hier bei der Telekom, radikale Transparenz. The good, the bad, the ugly. Eine ehrliche Transparenz darüber, was wir gut können, aber auch darüber, was wir noch nicht so gut gemacht haben. Und diesen Dialog will ich mit den Investoren haben, die möchte ich mit unseren Eigentümern haben. Und die Aktionäre sind unsere Eigentümer. Und die sollen wissen, wo ihr Unternehmen steht. Das schafft meines Erachtens Vertrauen. Und wir brauchen Menschen, die uns Vertrauen geben. Gut, bad und ugly ist ja auch das, was beim Kapitalmarkt vorkommt. Das findet ja alle drei Jahre statt. In diesem Jahr wieder. Wir kommen nachher bei den Veranstaltungen nochmal drauf. Und da ist ja auch immer Rückblick die letzten drei Jahre. Ampel, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Kurz noch ein paar Zahlen. 17 Prozent der Telekom liegen ja in den Händen von Privatanlegern. Das sind insgesamt 1,3 Millionen Privatanleger. Das ist jeder Dritte in Deutschland, der selber in Einzelaktien investiert. Insofern eine große Verantwortung. Tim, die Bilanz-Pressekonferenz ist jetzt eine Woche her. Danach ging es sofort zum Mobile World Kongress, der größten Mobilfunkmesse für die Telekommunikationsindustrie. Die Telekom hat viele spannende Themen da vorgestellt. Wie ist die Stimmung aktuell? Ja, ich muss sagen, also ich war sehr skeptisch über Messen. Ist Messen das richtige Format für die Zukunft? Wir haben ja die CeBIT verloren. Die großen Automessen haben sich ja auch komplett verändert. Und das ist in unserer Industrie nicht anders. Und der Mobile World Kongress war für mich immer die Frage, ist das jetzt eine Messe, wo was Neues passiert? Ist das eine Messe, wo die wichtigen Menschen hinkommen und Scheidungsträger sind? Ist das eine Messe, wo man guten Austausch haben kann? Wir haben uns Mächtdienstzeug gelegt, vielleicht auch, weil ich so besorgt war. Und wir hatten letztes Jahr 325 Artikel nach der Messe über unsere Produkte. Wir haben dieses Mal 4300 gehabt. Wir haben letztes Mal 125 Millionen Viewers gehabt auf diesen Artikel. Wir waren nach dem zweiten Messetag bei über einer Milliarde Menschen weltweit. Warum ging es um AI? Wir haben ein iPhone vorgestellt. Und zwar ein Gerät, wo man keine Apps mehr braucht. Und das war so intuitiv, so klar. Wir sind alle so müde von den ganzen Apps, die wir haben, von den ganzen Credentials, die wir einrichten müssen, von den ganzen Daten, die da genutzt oder auch vielleicht sogar gebraucht werden von Systemen, von denen wir gar nichts wissen. Wir sind müde von der Vielfalt. Und diese Sache wird mit AI jetzt auf einmal neu gelöst. Das hat einen enormen Aufschub gegeben. Aber wir haben auch politische Themen adressiert. Zum Beispiel zum ersten Mal waren alle vier großen europäischen Telcos auf einer Bühne und haben gesagt, wir brauchen einen neuen Deal in der Regulierungsbemühungen der Europäischen Union und auch der Bundesregierung. Wir hatten eine Diskussion über die Zukunft. Wie sieht eigentlich der Router zu Hause aus? Wie wird eigentlich unser digitales Leben zu Hause sein? Ich muss sagen, die Messe war sehr inspirierend. Alles geht in die Cloud. Alles geht in die AI-Welt rein. AI wird uns massiv verändern in der Art, wie wir Netze bauen, aber auch wie wir Kunden betreuen würden. Also eine sehr, sehr spannende Messe. Und gerade für die Deutsche Telekom ein großer Erfolg, weil wir eine enorme Aufmerksamkeit gehabt haben. Das hilft dann auch wieder für den Markenwert der Telekom. Absolut. Und die Markenkontakte, da sind wir inzwischen ja auf der Nummer 9. Vier Milliarden Kontakte, das wird sich da bemerkbar machen. Dann kommen wir jetzt zum Rück- und Ausblick. Das wird heute eine kompakte Ausgabe und eine Zusammenfassung, damit wir genug Zeit für die Fragen haben. Wer sich einen ausführlicheren Blick auf das Jahr 2023 und den Ausblick in 2024 wünscht, der sollte sich den 10. April vormerken. Da findet die Hauptversammlung der Telekom statt. Und da gibt es natürlich wie immer die Rede des Vorstandsvorsitzenden, die das in Ausführlichkeit tut. Das wird live gestreamt hier auf unserem YouTube-Kanal von Investor Relations. Wenn Sie den noch nicht abonniert haben, dann jetzt abonnieren, Klingel aktivieren. Dann sind Sie immer auf dem Laufenden. Tim, damit übergebe ich an dich für Rück- und Ausblick. Ja, danke Christoph. Und nochmal auch von meiner Seite toll, die Gelegenheit zu haben, mit Ihnen Aktionärinnen und Aktionären zu sprechen und hier einen Austausch zu haben über unser Geschäft. Und ich versuche es auch so zu machen, dass wir hinterher noch viel Zeit haben für wirklich konkrete Fragen und Antworten. Also ich bin jetzt seit zehn Jahren hier bei der Telekom Vorstandsvorsitzenden. Ich bin jetzt im 24. Jahr bei der Deutschen Telekom. Ich habe ja eigentlich alles schon gesehen, von der Grasnarbe bis zum Vorstandsbüro. Und von daher hier mal so ein bisschen einen Rückblick auch auf die letzten zehn Jahre. Und ich glaube, es steht außer Frage, die Deutsche Telekom ist einen ordentlichen Weg nach vorne gekommen. Aber wie hat das eigentlich funktioniert? Was ist eigentlich so diese Antriebsfeder in diesem Modell? Und meine Kollegen haben das ja hier auch schön schon dargestellt. Es ist so ein einfaches Schwungrad, was wir eigentlich hier bei der Deutschen Telekom haben. Nämlich investiere mehr. Wenn du mehr investierst, dann kommen mehr Kunden zu dir. Weil du hast einfach Vorteile geschaffen für sie durch das Netz, durch den Service, durch die Art, wie du sie betreibst. Wenn du mehr Kunden hast, dann hast du eine höhere Auslastung deiner Infrastruktur, die ja sehr teuer ist. Wir haben ja ein riesiges gebundenes Kapital, fast 400 Milliarden, die wir gebundenes Kapital bei der Deutschen Telekom haben. Die müssen ausgelastet werden. Wenn du eine höhere Auslastung hast, hast du niedrige Kosten pro GIG, Kosten pro Kunde. Dann hast du bessere finanzielle Ergebnisse. Und diese finanziellen Ergebnisse, die nutzt du zum Teil wieder zu investieren. Und so dreht sich dann dieses Schwungrad dann hoffentlich immer weiter, dass wir immer ein Stück mehr machen können als unsere Wettbewerber. Und das gelingt uns über die letzten zehn Jahre sehr, sehr gut. Und das sieht man auch auf dem Chart, was ich jetzt hier habe. Wir haben in den letzten zehn Jahren haben wir unter meiner Führung 173 Milliarden Euro. Ich sage nochmal, 173 Milliarden Euro investiert in die Infrastruktur in unseren Märkten. Das ist übrigens mehr, als unsere Wettbewerber das getan haben. Wir sind immer so in den Mobil- und Festnetzmärkten bei über 20 Prozent des Umsatzes, die wir reinvestieren. Dadurch haben wir führende 5G-Netze in allen Märkten, wo wir sind, in allen Märkten. Übrigens nicht durch uns selbst befunden, sondern durch die großen Teste. Wir bauen momentan extrem viel Glasfaser. Das ist die Infrastruktur der Zukunft. Da sind wir in unseren Märkten auch in einer sehr guten Position. Wir haben in Deutschland jetzt die größte Infrastruktur bereits für FDTH aufgebaut. Und das schafft natürlich dann im Endeffekt Attraktionen. Der Kunde kommt zu uns. Er will beim Gewinner sein. Der Kunde will immer beim Gewinner sein. Ganz einfache Prämissen. Und das sieht man dadurch, man muss Gewinner sein, nicht nur bei den Netzen, sondern man muss auch im Service die Nummer eins sein. Man muss auch in den Geschäftskundenbereichen die Nummer eins sein, weil unsere Maschine nicht nur die Auslastung der Economy Class oder der normalen Privatkunden braucht, sondern wir brauchen auch wie ein Flugzeug die Business Class, um die großen Flugzeuge auszulassen, bei uns die großen Infrastrukturen. Und deswegen müssen wir in allen Kategorien B2B und B2C die Nummer eins sein. Und genau das ist unser Anspruch. Wir haben in unseren Märkten, in allen Märkten, die höchsten Net Promoter Score, das heißt die höchste Kundenzufriedenheit. Das führt dazu, dass wir stärker im Umsatz wachsen. Wenn wir stärker im Umsatz wachsen, dann ist die Maschine besser ausgelastet. Und das sieht man dann auf der linken Seite. Die Effizienz unserer Maschine hat deutlich zugenommen. Wir können Kosten rausnehmen. Hast du weniger Beschwerden, weil du zufriedene Kunden hast, brauchst du auch entsprechend weniger Menschen, die den Service machen, weniger Infrastruktur, die dafür kostet. Service kostet enorm viel Geld. Der ist gut, aber im Endeffekt Beschwerden braucht kein Mensch. Wir haben die Beschwerden seit 2016 um 90 Prozent, 90 Prozent reduzieren können. Und die Erstlösungsquote übrigens, als wir angefangen haben, lasst die bei 20 Prozent, liegt aktuell bei 70. Das heißt, ein Kunde ruft uns an und 70 Prozent aller Fälle können wir sofort lösen. Hört sich immer noch zu niedrig an. Aber man muss mal überlegen, im Festnetz, wenn Leitungsschäden oder andere Sachen passieren, dann muss ja auch jemand rausfahren. Dann muss das Thema genau analysiert sein, damit man es auch im Erstkontakt löst. Da sind wir mittlerweile absolut Spitzenklasse, was die sogenannte Erstlösungsquote betrifft. Wir haben keine Call-Handling-Times oder solche Sachen, sondern wir konzentrieren uns darauf, wenn der Kunde uns anruft, sein Problem ganzheitlich zu lösen. Diese hohe Effizienz schafft auch entsprechend Mittel. Und diese Mittel haben wir entsprechend der Wirtschaft. Ich komme ja gleich noch mal dazu, wir wachsen mit einem schönen Service-Revenue. Eigentlich so um die 4 Prozent, kann sich jeder Investor merken. Und wir wachsen mit der Profitabilität mit 7 Prozent. Das ist so die beiden Größen, die wir haben. Aber der Cashflow, also das, was sozusagen in der Kasse am Ende des Tages überblickt, der wächst seit Jahren kontinuierlich zweistellig. Alleine im letzten Jahr ist er auf 16,1 Milliarden angewachsen. Und übrigens, als ich angefangen habe hier als Vorstandsvorsitzender, hatten wir 5 Milliarden, 3,5 Milliarden in Europa und 1,5 Milliarden in den USA. Fünf, aktuell 16 Milliarden. Und das, obwohl wir 173 Milliarden investiert haben. Dann haben wir sozusagen freie Mittel. Natürlich wollen wir unsere Aktionäre partizipieren. Natürlich wollen wir immer, ich sage mal, ein hohes Bonitätskriterium haben, also ein Investment-Grade-Rating haben. Aber wenn wir diese beiden Kriterien erfüllen, wollen wir natürlich auch in dieses Geschäft wieder investieren. Und schon dreht sich unser Schwungrad entsprechend erfolgreich. Das ist das ganze einfache Rezept der Deutschen Telekom. Ich sage mal, das ist jetzt, wie wir neudeutsch sagen, kein Rocket Science. Das ist hier keine Raketenwissenschaft, die wir hier machen. Man muss es nur fokussiert, konsequent machen. Nimmt man einmal zu viel Dividende raus, kann man nicht investieren. Dann fällt man im Markt zurück, man schrumpft. Am Ende der Marktdruck ist noch größer. Man meint, man muss die Dividende nochmal erhöhen. Auf einmal fehlen einem die Mittel. Ich könnte jetzt drei Unternehmen in unserer Industrie nennen, denen genau das passiert ist. Oder man investiert zu viel. Dann ist die Inwirtschaftlichkeit des Modells nicht mehr gegeben. Und der Markt kritisiert einen für zu hohe Investitionen. Also diese Ausgewogenheit des Systems zu finden, ist die große Kunst. Das ist das Schwungrad. Und ich glaube, wir machen das ganz ordentlich momentan. Wir haben weltweit 300 Millionen Kunden. Wir haben momentan die höchste Marktkapitalisierung, die wir hier erreicht haben. Und das sieht man auch auf dem nächsten Chart. Das nächste Chart zeigt nämlich, welchen Wert wir erreicht haben. Übrigens, die Deutsche Telekom, wenn man die Schweiz mal rausnimmt aus Europa, tue ich jetzt natürlich nicht, aber ich sage es einfach mal, nehmen wir die Europäische Union, dann ist die Telekom so viel wert wie alle Telekommunikationsunternehmen zusammen. Ich sage es nochmal, die Telekom, so viel wie alle Telekommunikationsunternehmen zusammen. Jetzt gucken wir uns aber den Kontinent an, nehmen auch eine BT dazu aus England und nehmen noch eine Swisscom oder den Schweizer Markt dazu. Dann sieht man auch, die Top 5 größten Unternehmen sind noch nicht mal so groß wie die Deutsche Telekom aktuell. Und wir waren vor 10 Jahren, waren wir die Nummer 5 in Europa. Das heißt also, da waren wir noch irgendwo im Mittelfeld unter den großen Telcos. Wir sind jetzt wieder uneingeschränkt die Nummer 1 in Europa. Aber 110 Milliarden ist schön, aber das ist nicht unser Anspruch. Wir wollen ja nochmal ordentlich was drauflegen, um wirklich auch in dem Konzert der großen Media und Konzerne der Internetzeit mitspielen zu können. Unsere Finanzskalen im Einzelnen, Sie haben vielleicht gesehen, wir wachsen in den USA 2023 um 5,2 Prozent. Guckt man sich den Core-EBTA an, den Kern-EBTA in unserem Geschäft hier, dann ist es 9,8 Prozent gewesen, die wir gehabt haben. Deutschland mit 3 Prozent EBTA-Wachstum, Europa mit 2,8 und die T-Systems mit 10 Prozent Wachstum beim EBTA. Das waren die Zahlen für 2023. Und Sie sehen, wir hatten ein schönes Wachstum, der Core-EBTA über die Gruppe ist mit 7 Prozent gewachsen. Das ist die Kennzahl, die die operative Kraft des Unternehmens entsprechend hier am besten beschreibt. Wie kommt das zusammen? Und wir sind wieder bei unserem Schwungrat. FDTH, starkes Wachstum im FDTH. Wir haben über 3,5 Millionen Haushalte mehr als in 2022. 17 Millionen insgesamt, die wir bauen. Wir werden jetzt in Deutschland die 10 Millionen Marke erreichen. Das heißt also 10 Millionen Haushalte mit Glasfasertechnologie mitbauen. Und das ist der Umsatz der Zukunft. Überlegen Sie sich mal, wie lange unser Kupfernetz schon hält. Das ist ja schon über viele Jahrzehnte schon die Basis für den wirtschaftlichen Erfolg unseres Unternehmen. Wir bauen gerade die Zukunft für die nächsten Jahrzehnte dieses Unternehmens. Das ist wie eine Infrastruktur. Das ist wie eine Immobilie, die wir bauen, die für die nächsten Jahrzehnte dann entsprechend von meinen Nach-Nach-Nach-Nachfolgern entsprechend hier noch genutzt werden kann. Ich hoffe, jeder Vorstandsvorsitzende nach mir zündet jeden Tag eine Kerze an und sagt, gut, dass der Tim so viel in die Glasfaserinfrastruktur investiert hat. Das Gleiche beim Mobilfunk. 300 Millionen Menschen in Amerika alleine mit 5G abgedeckt. Wir sind, ich sage mal, signifikant vor Verizon und AT bei der Versorgung mit 5G. Die letzte Zahl, die ich von AT&T gesagt habe, waren 120 Millionen Kunden, die versorgt worden sind. Wir haben mittlerweile 300 Millionen Kunden versorgt. Wir sind wirklich 5G führend in Amerika. Made in Germany. Die Qualitätsführerschaft der Netze. Immer die Nummer eins sein zu wollen. Leading. Den Anspruch haben wir jetzt auch in den USA erreicht. Und Europa brauche ich hier nichts zu sagen. Deutschland auch. Wir haben in den zehn Jahren, in denen ich hier bin, nicht einen einzigen Netztest nicht gewonnen. Starkes Kundenwachstum. Das Schwungrad. Hier sehen Sie die Zahlen. Ich gehe gar nicht im Einzelnen auf diese Zahlen jetzt hier ein, weil sie sind beeindruckend. Momentan wachsen wir sehr, sehr schön im Mobilfunk. Da bin ich sehr froh drüber. Neukunden, die zu uns kommen. Und das eben nicht nur die USA. Oftmals wird ja in der Presse sehr verkürzt davon geredet, ja, nur die USA ist der Wachstumstreiber. Momentan wächst jedes Geschäft bei der Deutschen Telekom. In jedem Geschäft wachsen wir mit Marktanteilen. Wir verlieren nirgendwo Marktanteile. Und ich finde, das ist schon eine Kunst, wenn jedes Geschäft für sich eine hohe Autonomie, ein hohes Empowerment hat, zu sagen, wir sorgen dafür, dass wir wachsen und dass wir auch entsprechend mit Marktanteilen wachsen. Insbesondere auch TV war uns sehr wichtig, weil das neues Geschäft ist, was sich gerade entwickelt, muss man natürlich genau im Auge halten. Letztes Jahr nochmal um die Zahlen auf uns erzählen, 5,6 Millionen Kunden in Amerika, neu dazu, netto. Und in Europa zwei Millionen Kunden, neu dazu im Mobilfunk. Das sind, ich sage mal, über sieben Millionen Kunden, die wir letztes Jahr gewonnen haben. Unsere Wachstumstreiber, die uns hier antreiben, und das ist eines der großen Themen, die mich sehr, sehr stark betreffen, ist, wir müssen uns ja überlegen, wenn wir so eine riesige Asset-Basis haben, Capital Employed, würde der alte Finanzer sagen, der in mir ja noch tief ruht, der würde sagen, wie kann ich eigentlich diese Kapitalbasis intelligent verzinsen? Verdiene ich eigentlich meinen EFA, meinen Economy Value Added, meinen Return on Investment, verdiene ich eigentlich ausreichend auf diese Infrastruktur? Und das simple Rezept ist Auslastung. Sie müssen eine sinnvolle Auslastung haben, die sich zusammensetzt aus Preis mal Volumen mal Mix. Und das ist die ganze Magic, die ganze Magie von Marketing, die wir momentan haben. Wie schaffen wir eigentlich eine höhere Auslastung? 5G, für mich kein besonders tolles Beispiel. Ich bin eigentlich enttäuscht über die Monetarisierung von 5G, weil wir letztlich Idioten in unserem Wettbewerb gehabt haben, die nicht gesagt haben, 5G ist etwas Besseres als 4G, sondern die es haben sofort zum gleichen Preis angeboten. Ich hätte es natürlich lieber ein bisschen teurer gemacht, weil ich sage mal, das neueste Modell von einem Automobilhersteller wird ja auch nicht sofort zum gleichen Preis wie das Altmodell angeboten. Aber leider unsere Wettbewerber so, ich sage mal, kurzsichtig waren, dann sofort den Preis zu senken, haben wir natürlich dann auch keine Möglichkeit gehabt, da entsprechende Prämiums zu verlangen. Jetzt geht es über die Auslastung, jetzt geht es über die Qualität. Und die Deutsche Telekom versucht über die Qualität ein Preisprämium im 5G auch im Markt durchzusetzen, was uns sehr, sehr gut gelungen ist. Das Gleiche übrigens auch in Europa. Sie sind auch da, tun wir sehr viel, um die Abdeckung zu erhöhen. Dann das zweite Thema, Glasfaserauslastung. Da bin ich auf einem optimistischen Weg. Wir haben eine deutliche Steigerung jetzt auch bei Glasfaser. Immer im Hinterkopf war, die Telekom sitzt ja auf der alten Vectoring und Super Vectoring Kupferinfrastruktur. Da haben wir viele Kunden und die nehmen wir über die Jahre mit in die neue Glasfaserinfrastruktur. Zusätzlich gewinnen wir Neukunden. Ich habe gerade heute Morgen mit unserem Deutschlandchef genau über das Thema geredet, dass ich sage mal fast die Hälfte, etwas mehr als die Hälfte der Neukunden, der Kunden, die wir haben, Neukunden sind, die zu uns wechseln. Da kommen viele Kabelanbieter jetzt unter Druck, weil die Kunden einfach sagen, die Infrastruktur, die Glasfaserinfrastruktur von der Deutschen Telekom ist besser als die alte Kabelinfrastruktur. Und natürlich haben wir das Geschäftskundensegment, das haben wir neu aufgestellt. Da sehe ich riesiges Potenzial. Es gibt Segmente, wo wir Marktanteile zurückgewinnen können, im L- und im XL-Segment bei den Großkunden. Da war hoher Wettbewerb in den vergangenen Jahren. Aber vor allem die Anwendung auf den Infrastrukturen, nicht nur die unterliegende Infrastruktur, sondern was da drauf sitzt, das bewegt uns sehr stark. Die Konsequenz ist, wenn Sie das Richtige tun, können Sie den Erfolg nicht verhindern. Wir wachsen eigentlich, wenn Sie das Corona-Jahr 2020 mal rausnehmen, wachsen wir jetzt schon seit fünf, sechs Jahren immer im Umsatz um die 4%. 3,6%. 4% Wachstum, das ist kein stagnierendes oder rückläufiges Geschäft. Wir wachsen konstant im Serviceumsatz. Das ist auch nicht Endgeräteumsatz, das sind richtig wertschöpfungstiefe Umsätze mit 4%. Und die Maschine wird besser ausgelastet. Dadurch haben wir auf dem Ergebnis ein kontinuieres Wachstum von 7,2%. Und im Free Cashflow kommt dann eben auch mehr raus. Und das sehen Sie, wir sind vom Cashflow, sind wir deutlich gewachsen hier auf die 16,1 Milliarden plus 7,3% seit 2021. Also signifikantes Wachstum. Das kommt natürlich sehr stark aus der Integration von T-Mobile und von Sprint. Die Zusammenlegung von einem Netz, von zwei Netzen zu einem war eine enorme Hilfe, um die Economies of Scale, die Größenvorteile in unserer Industrie zu realisieren. Und das zahlt sich momentan nicht nur für die Telekom, sondern auch für seine Aktionärinnen und Aktionäre aus. Wir haben ein großes Share-By-Back-Programm laufen in den USA, was uns hilft, unsere Anteile zu erhöhen, beziehungsweise eine Dividende, die uns auch Liquidität nach Europa entsprechend bringt. Und in Amerika partizipieren natürlich unsere Aktionäre auch entsprechend. Wichtig natürlich die Frage, die Presse kolportiert oft. Die Telekom hat ja tolle Sachen gemacht, hat viel in die Zukunft investiert, hat gleichzeitig einen Riesendeal in Amerika gemacht. Aber die Schulden, die Schulden, die Schulden. Ich sage Ihnen, das nimmt natürlich schon, ich sage mal, Zeit in Anspruch zu überlegen, wie können wir uns intelligent refinanzieren und gerade in einem Markt refinanzieren, wo wir jetzt, ich sage mal, steigende Zinsen auch gehabt haben. Sie sehen, dass wir reduzieren momentan unsere Schulden und zwar in 2022 um insgesamt über 10 Milliarden, das ist jetzt, hört sich immer noch groß an. Natürlich für 93 Milliarden hört sich viel an. Aber wenn Sie sich mal überlegen, wie viel Asset, wie viel Werte wir gegen diese Verschuldung stehen haben. Wir haben eine Eigenkapitalquote von 31 Prozent im Unternehmen. Wir sind also als gesundes Unternehmen gleichzeitig unsere Verschuldungsquote nach unten gegeben, weil ja unser Ergebnis kontinuierlich um sieben Prozent gewachsen ist. Dadurch sind wir mittlerweile wieder bei einer Verschuldungsquote, bei einem Quotienten von den Finanzverbindlichkeiten in Relation zum Ergebnis von 2,3 Prozent. Alle Ratingagenturen haben gesagt, wir haben ein Triple B-Plus-Rating mit einem Stable oder Positive Outlook. Das heißt, wir sind momentan grundsolide finanziert. Wichtig für mich, für uns alle hier ist natürlich, dass wir, um das Schwungrad am Laufen zu halten, müssen wir immer wieder auch die Möglichkeit haben, uns umzuschulden, zu refinanzieren, damit wir entsprechend weiter auch diesen Investitionszyklus, den wir ja gerade momentan im 5G und im Fiber-Umfeld haben, um den auch weiter am Laufen zu halten. Und das sehen Sie auf der rechten Seite. Unsere Fälligkeitsprofile sind sehr ausgewogen. Wir haben nicht irgendwelche Jahre, wo wir schwitzen müssen und sagen, hoffentlich sind die Kapitalmärkte auch offen für diese Refinanzierung, sondern unsere Revolving Credit Felicilities sind natürlich auch so strukturiert, dass wir über lange Maturitäten verfügen, bis zu 20 oder wir hatten sogar 30-Jährige Bonds aufgelegt, als die Niedrigzinsen da waren. Und das zeichnet sich jetzt aus. Sie sehen in diesem Jahr 5,66 Milliarden, die wir refinanzieren müssen pro Jahr. Und das sollten die internationalen Kapitalmärkte zulassen. Wohl wissend, dass übrigens die größten Anteile dieser Schulden in den USA sitzen und nicht in den deutschen oder den europäischen Beteiligungen, sondern sie sitzen auch da, wo sie entstanden sind, nämlich mit dem Sprint-Deal. Und die Amerikaner, unsere, müssen natürlich auch diese Schulden auch entsprechend bedienen, und was sie natürlich durch das starke Wachstum, was sie haben, auch entsprechend leisten können. Damit komme ich auch schon zum Schluss und zwar zum Ausblick für 2024. Wir sind ja durch dieses Jahr durchmarschiert mit, ich sage mal, einer durchaus breiten Brust. Wir haben dreimal unsere Prognose erhöht und wir haben auch entsprechend abgeliefert. Wir haben genau das geliefert, was wir dem Kapitalmarkt versprochen hatten. Denn Verlässlichkeit ist eine Währung, gerade in unserem Infrastrukturumfeld. Und deswegen war es so wichtig, Sie sehen das auf dem Chart, wir haben 2023 40,5 Milliarden Abwahlen. Wir wollen, wir wollen entsprechend 6 Prozent Steigerung dieses Jahr hinlegen auf ungefähr 42,9 Milliarden EBITDA. Das ist schon eine stolze Zahl, 42,9 Milliarden Ergebnis zu machen. Aber wir sind auch zuversichtlich, weil wir sehen, dass wir die Infrastruktur haben. Wir sehen, dass wir eine starke Marke haben. Christoph hat es eben gesagt, wir sind jetzt zum ersten Mal die wertvollste Telekommunikationsmarke der Welt und die wertvollste Marke Europas. Das zieht Kunden an. Und wir haben momentan einfach auch ein gutes Marktmomentum, was uns nach vorne trägt. Der Free Cashflow soll nochmal um 16 Prozent wachsen, dann auf 18,9 Milliarden weltweit. Auch hier, man sieht das sehr stark auch getrieben durch die USA. Warum USA? Da sind wir in der Phase, wo wir jetzt ein Stück weit aus der Merger-Zeit heraus sind, aus dem Verbund von Sprint und jetzt realisieren, während wir in Europa in der Hochinvestitionsphase sind. Wir investieren ja Fiber, insbesondere in Deutschland sehr stark. Und ich bin froh, dass wir die Kraft haben, in Deutschland oder in Europa zu investieren. Kleine Anekdote hier. Das Amerika-Geschäft, das wir haben, haben unsere Wettbewerber nicht. Und dadurch sind die auch momentan bei den hohen Zinsen nicht in der Lage, momentan das Momentum im Glasfaserausbau zu halten. Wir können das. Und dadurch investieren wir momentan mehr als unsere Wettbewerber. Und das ist die Zukunft für den Umsatz- und die Ergebnisströme der Zukunft. Ich garantiere Ihnen das, das wird uns noch gefallen, dass gerade momentan Wettbewerber nicht in der Lage sind, so viel zu investieren, wie wir das momentan können. Bereinigtes Ergebnis, die Aktie steigt. Wir glauben daran, dass die Aktienkursentwicklung zwar sich an den Kennzahlen EBTA, Free Cashflow und sowas orientiert, aber die wichtigste Kennzahl für die Aktienkursentwicklung, übrigens auch für die ganzen Maschinen, die da draußen rumarbeiten, ist der Earnings per Share. Und deswegen ist wichtig, dass der Earnings per Share bei uns wächst. Und das tut er momentan. Wir bereinigen ihn, dass wir diese Sonderspeaks nicht immer reinrechnen, sondern wirklich das organische, nachhaltige Wachstum unseres EPS zeigen. 10% Wachstum gehen wir von diesem Jahr aus, von 1,60 Euro auf mindestens 1,75 Euro. Wir werden den Aktionären auf der Hauptversammlung eine Dividende vorschlagen, von 70 Cent letztes Jahr. Und unsere Forecast für dann den Vortrag in 2025 sind 77 Cent pro Aktie. Das heißt, auch hier ein schönes Wachstum von 10%. Und gleichzeitig werden wir das Share-by-Back-Programm konsequent umsetzen. Wir haben ja einen Share-by-Back von 2 Milliarden draußen momentan. Wir werden sicherlich bei den Q&As dazu noch eine Frage hören. Deswegen halte ich mich an der Kurs. Wichtig ist die Botschaft. Die Deutsche Telekom hat in diesen wirklich turbulenten, in diesen wirklich teilweise chaotischen Zeiten kein Exposure zu Märkten in Afrika, in Südamerika, in Asien. Sondern wir sind der Anbieter der westlichen Welt. Hier ist unser System zumindest noch klarer, vorhersehbar und funktionabel. Zweitens, in dieser westlichen Welt sind wir überall die Nummer 1, was die Kundenwahrnehmung und die Markenpositionierung betrifft. Und hier sind wir optimistisch. Nicht nur, weil wir eine starke Vergangenheit haben, ein Schwungrad, was gut funktioniert, sondern hier sehen wir auch, dass das Schwungrad in den nächsten Jahren weiterarbeiten wird. Und für 2024 reflektiert das der entsprechende Ausblick. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Wachstum und Verlässlichkeit, das ist das, wofür die Telekom-Aktie steht. Und plus 10% Dividende jetzt in diesem Jahr, 2024. Ausschüttungsdatum ist ja 15. April. Dann gibt es Geld auf das Konto. Und plus 10% ist eine schöne Nachricht. Denn die Telekom ist natürlich ein Dividendenpapier. Weitere Infos zur Dividende, zum Beispiel auch zur Steuerfreiheit der Dividende oder zu dem Ausblick, wie ihn die Analysten der Banken bei der Telekom sehen, wie sich die Dividende weiterentwickeln wird, gibt es auf der Webseite der Telekom zu der Dividende in dem Investor Relations Kapitel auf telekom.com. So, dann geht es jetzt zur Fragerunde. Das machen wir in zwei Schritten. Im ersten Teil laden wir die Finfluencer ein. Im zweiten kommen wir dann zu den Fragen, die über das Fragenportal gestellt wurden. Wir haben ja nur eine Stunde und haben viel mehr Fragen bekommen. Ich hatte gerade nochmal nachgeschaut. Knapp 100 Einträge sind auf dem Online-Fragenportal inzwischen eingegangen. Das werden wir sicher nicht heute Abend alles in der einen Stunde beantworten können. Aber keine Frage ist umsonst gestellt worden. Alle Fragen, die sich auf die Aktie und unser Geschäft beziehen, werden wir beantworten. Und zwar mit Hannes Wittig, dem Leiter Investor Relations. Da werden wir ein zusätzliches Video machen und dann die verbleibenden Fragen beantworten. Die Videos werden natürlich auch wieder Sprungmarken haben. Insofern werden Sie da Ihre Fragen und das, was Sie interessiert, schnell finden können. So, jetzt kommen wir zum ersten Teil der Fragerunde. Diese Form der Interaktion zwischen Finfluencern einerseits und Unternehmen andererseits ist neu und eine Premiere. Ich bin sehr gespannt, wie die Resonanz von Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sein wird. Ein Hinweis ist wichtig zur Transparenz. Alle Finfluencer, die heute mit dabei sind, bekommen keinerlei Vergütung dafür, sind vollkommen frei, was Sie fragen. Sie sind auch nicht angehalten worden, Ihre Fragen vorher vorzulegen oder einzureichen. Insofern entspricht das genau dem, was üblich ist bei den Webcasts auch für Journalisten oder Analysten. Und ich sehe jetzt schon Markus Koch und mit dir geht es auch los. Herzlich willkommen nach New York. Markus, deine Frage. Lass uns auf eine beschränken, damit wir noch genug Zeit hinterher auch für den Fragenblock haben. Ja, dann starten wir doch gleich durch. Erstmal viele Grüße aus New York. Christoph, schön mit dabei zu sein. Und Tim, Dezember ist noch nicht so lange her. Vielen Dank, dass ich hier in dieser Runde mitmachen darf. Tauchen wir gleich mal ein. Und ich möchte heute nicht mit den Vereinigten Staaten anfangen. Wie Konsolidierung funktioniert, das haben Sie, Tim, ja schon in den USA erfolgreich gezeigt mit T-Mobile. Und wir haben ja im Wesentlichen bei uns in den USA drei große Player. Ich möchte noch mal auf die von Ihnen anfangs angesprochene Mobile World Conference eingehen. Es passiert ja nicht alle Tage, dass bei einer solchen Konferenz die CEOs von den vier großen Playern in Europa gemeinsam auf der Bühne sitzen. Und man hört, dass sowohl Orange, Telefonica, Vodafone, die Deutsche Telekom, alle machen sich dafür stark, dass die Fusionsrichtlinien in Europa gelockert werden. Meine Frage an Sie ist, warum sind sich die großen Player hier alle einig? Wo liegt der große Unterschied zwischen dem Wettbewerb in den USA und Europa? Gibt es Fortschritte in den Gesprächen mit den Regulatoren? Also gibt es Grund zur Hoffnung, denn Ihr Plädoyer ist ja eigentlich kein neues. Sie setzen sich dafür schon relativ lange ein. Und der dritte Faktor, wenn es denn tatsächlich zu einer Lockerung kommt, was würde das konkret bedeuten für den europäischen Markt, die Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstum der Telekom? Ja, Markus, erst mal vielen Dank für die Fragen. Und es war wirklich ein historisches Ergebnis. Ich bin jetzt seit 24 Jahren dabei, zum ersten Mal, dass alle vier auf der Bühne gesagt haben, wir brauchen einen neuen Deal. We need a new deal. Wir sehen die Märkte in Asien, wir sehen die Märkte in den USA, wir sehen konsolidierte Märkte, wir sehen Märkte, wo eine Fusion von vier auf drei zugelassen worden ist und wo genau das nicht eingetreten ist, was die europäischen Regulierer immer behaupten, dass dann die Preise nach oben gehen, dass kein Wettbewerb mehr herrscht und am Ende des Tages der Kunde dafür bezahlen muss. Das Gegenteil ist der Fall. Die Unternehmen werden potenter, die Unternehmen haben mehr Möglichkeiten, ihre Größenvorteile zu spielen. Und mit den Größenvorteilen können sie dann auch Vorteile an den Kunden weitergeben. Sei es bessere Netzinfrastruktur oder sei es auch, ich sag mal, mehr Subventionen zum Beispiel für Endgeräte und dergleichen mehr. Und das will Europa nicht verstehen. Europa glaubt immer noch, viel hilft viel. Umso mehr Wettbewerber, umso besser. Wir haben in allen weltweiten Märkten nur drei bis vier Spieler für die großen Märkte in Asien oder in Amerika. In Europa haben wir 45 Gruppen, die sich hier tummeln und zum größten Teil ihre Kapitalkosten nicht mehr verdienen. Also Konsolidierung zuzulassen in einem digitalen Binnenmarkt und nicht 27 Märkte zu überregulieren, das ist eine der Forderungen, eine der Wünsche, die wir haben. Das zweite Thema ist, dass wir uns ein Stück weit an die Realitäten der neuen Welt gewöhnen. Ist WhatsApp ein Messaging-Service? Ja oder nein? Natürlich, aber ist nicht als Messaging-Service reguliert, während wir reguliert sind. Die Marktdefinition muss endlich an das moderne 21. Jahrhundert angepasst werden. Drittens, Spektrumpolitik. Ohne Spektrum gibt es keinen Funk, gibt es keinen Mobilfunk. In Deutschland allein ist seit 2000 67 Milliarden an die Vermietung von Spektrum gezahlt worden. 67 Milliarden. Wenn ich mir überlege, 30 Milliarden an die Aktionäre und 30 Milliarden in die Infrastruktur. Europa, Deutschland wäre die Nummer eins in allen weltweiten Netzinfrastrukturen. Hier wird Geld missbraucht, der Industrie entzogen, anstatt es den Bürgern bzw. der Infrastruktur zu lassen. Und wir brauchen natürlich auch, ich sage mal ein Stück weit, dass die Möglichkeit, dass wir in der Taxonomy bei dem Green Deal als einer der Treiber für Nachhaltigkeit gesehen würden und nicht, wie es momentan geschieht, dass die Telekommunikationsindustrie als Energieverbraucher sozusagen sogar negativ gebranntmarkt wirkt. Das heißt, wir wollen eine neue europäische Marktregulierung haben, damit Europa in die Lage kommt, genauso viel pro Kopf zu investieren wie Amerika oder wie andere Länder. Weil ohne digitale Infrastruktur wird es keinen Wohlstand der nächsten Generation geben. Die Digitalisierung ist ja die Triebfeder für alle Industrien. Und da muss, ich sage mal, Europa vorne mit sein. Das ist wie Straßen bauen. Und deswegen sage ich, wir müssen die Kraft haben, die Straßen selber zu bauen. Dafür werden wir kooperieren. Es ist auch übrigens nicht nur immer nach da zu zeigen, sondern auch nach da zu zeigen, was können wir noch besser machen. Effizienz, Kooperationsmodelle und so weiter. Auch Innovationen wie AI. Da müssen wir uns auch verbessern. Aber wir brauchen auch eine neue Dealer-Politik. Tim, wenn ich vielleicht noch einmal nachhaken darf. Ich weiß nur eine Frage, aber nur um die Frage nochmal beantwortet zu kriegen. Diese Gespräche mit den Regulatoren, auch das Plädoyer gibt es ja schon seit geraumer Zeit. Gibt es denn Zeichen einer Einsicht? Und nochmal, wie würde die Telekom davon profitieren? Gerade auch, was das Wachstumspotenzial betrifft. Ich bin dir dankbar für die Nachfrage, weil wir haben den, die Europäische Kommission hört uns zu. Erstmalig. Und deswegen haben wir dem Ganzen auch mal Nachdruck gegeben. Wir haben mit dem Kommissar Breton jemanden, der wirklich aus der Industrie kommt. Der war ja mal Orange-Chef. Der kennt unsere Probleme der Industrie. Und der hat das aufgenommen, ein White Paper investiert, was übrigens jetzt der neuen Kommission vorgelegt wird. Der sogenannte Digital Networks Act. Und der soll dann in eine entsprechende Rechtsprechung umgesetzt werden, Das heißt also, wir haben zum ersten Mal ein richtiges Signal. Wir haben Papier, wo jemand unsere Industrie verstanden hat, sie auf Papier gebracht hat und gesagt, das muss jetzt in die Rechtsprechung umgesetzt werden. Und das gibt mir Hoffnung, dass wir endlich ein Momentum haben, dass wir nach so vielen Jahren auch Überregulierung jetzt in eine liberalere. Wenn die Politik will, dass die Netze der Zukunft von privaten Investoren geschaffen werden, dann müssen sie auch ihren Worten jetzt Taten folgen lassen. Weil letztlich, wir müssen das Geld am Kapitalmarkt besorgen. Wir müssen das Vertrauen von Investoren haben. Und das hoffe ich, dass das in der nächsten Kommission dann auch zügig umgesetzt wird. Danke. Klasse. Markus, danke dir. Und der nächste, Tschüss nach New York. Und der nächste steht bereit. Christian aus Berlin. Wir sehen dich. Du bist uns zugeschaltet. Deine Frage bitte. Ja, schönen guten Abend aus Berlin, Tim Höttges. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und herzlichen Glückwunsch, was Sie in den letzten Jahren bei der Deutschen Telekom bewegt haben. Also ich hätte mir vor 10 oder 15 Jahren nicht vorstellen können, jemals Telekom-Aktionär zu werden. Jetzt bin ich seit Ende 2016 natürlich entsprechend happy. Wobei ich das Geschäftsmodell eines Telekom-Konzerns immer noch so ein bisschen mit der Faust in der Tasche sehe, wenn ich Aktionär bin. Sie investieren Milliarden in Infrastruktur. Sie bauen die digitalen Autobahnen. Der Regulator gängelt sie. Nicht nur bei Fusionen, sondern auch bei den Preisen. Wie Sie das dann an Wettbewerber weitergeben müssen. Und parallel das ganz große Geschäft machen die Netflix und Facebooks dieser Welt, die dann von den Analysten immer so als Asset Light in den Himmel gehoben werden. Jetzt vielleicht haben Sie so ein paar Punkte, abgesehen von der Dividende, abgesehen von dem Ausblick, so rein strukturell, dass ich diese Asymmetrie als Aktionär ein bisschen besser aushalten kann. Also erstmal, unsere Industrie ist sicherlich viel schwieriger als die großen Internetplattformen, die ja jetzt eine enorme Marktmacht aufgebaut haben. Und die übrigens reine Softwareunternehmen, das sind wirkliche Asset Light Unternehmen. Wenn man überlegt, dass wir über 400 Milliarden gebundenes Kapital haben, dann sind wir verglichen mit diesen Unternehmen, die eigentlich mittlerweile haben die natürlich auch angefangen, Infrastruktur zu investieren, wie die großen Hyperscaler, also die Cloud-Infrastrukturen. Aber verglichen mit uns wirklich Asset Light. Und gleichzeitig machen die enorm hohe Margen. Das heißt, deren Kapitalrenditen sind deutlich zweistellig. So, unsere Industrie ist eine andere. Wir sind mehr an der Infrastrukturseite dran. Und übrigens, das ist auch nicht jetzt so, dass ich jetzt überall eine zweistellige Marge möchte. Natürlich hätte ich die gerne, aber wir sind schon zufrieden, wenn wir eine deutliche Überrendite über unsere Kapitalkosten verdienen. Und ich meine, das Immobiliengeschäft ist auch kein schlechtes Geschäft über die Dauer. Aber wir versuchen eben, unsere Kapitalkosten deutlich zu überstreiten. Was uns übrigens in den letzten Jahren auch gelingt. Durch Marktkonsolidierung haben wir es geschafft, unsere Maschinen besser auszunassen. Wir sind Marktführer, das heißt, wir haben immer mehr Kunden auf diesen großen Maschinen als andere und können dadurch höhere Kapitalrenditen erreichen als Unternehmen, die eben wenige Kunden auf dieser gleichen Infrastruktur haben. Das zweite Thema ist, wir haben angefangen, Geschäfte auf uns aufzubauen, die sehr stark softwarebasiert sind. So, und jetzt wird es interessant. Wenn man die Wertschöpfung anguckt, dann liegt die Infrastruktur immer lokal. Und dann habe ich die Vertriebe, die sind auch immer lokal. Dazwischen gibt es einen Kostenblock. Der ist so 55 bis 60 Prozent des gesamten Kostenblocks. Und dieser Kostenblock geht komplett in die Software. Die Netze werden Software gesteuert, die Cloud-Infrastrukturen halten diese Daten, unsere Kundendaten werden in Software gemanagt. Und jetzt bin ich der größte Anbieter mit 300 Millionen Kunden über die westliche Welt. Wenn ich diese Software-Synergien im größten Telekommunikationskonzern Europas bündel, habe ich eine enorme Möglichkeit, meine Renditen in diesem Unternehmen, meine Kapitalrenditen, deutlich auf diesem Software auch da entsprechende Vorteile zu nutzen. Und das ist bei der Disaggregation der Netze, das ist bei den großen Systemen, die unsere Produktentwicklung treiben. Fernsehen, globale Produktentwicklung, App-Entwicklung, global mittlerweile. Da werden wir Kostenvorteile reduzieren, die uns helfen, die Margen zu verbessern. Und das wird dann auch entsprechend die Kapitalrenditen unterstützen. Das heißt, wir wachsen ein Stück weit in diese Softwareindustrie rein. Bevor wir in globale Monopole-Plattform-Ökonomien reinwachsen, da muss ich Sie jetzt ein bisschen enttäuschen, das wird noch ein bisschen dauern. Aber ich sage immer, wenn ich es schaffe, es ein, zwei, drei Prozent mehr Kapitalrenditen zu erwirken, das jedes Jahr, dann ist das auch eine enorme Wertsteigerung aufgrund der Kapitalbasis, die die Telekom ja heute schon hat. Und das ist unsere Aspiration. Und ich glaube, dass die Auslastung und die Konsolidierung in den Märkten uns gleichzeitig nochmal helfen wird, diese Maschinen besser auszulassen. Gucken Sie sich Amerika an, das beste Beispiel dazu. Sehr herzlichen Dank für die Antwort. Ich verzichte dann mal auf Nachfragen. Ich hätte noch ganz, ganz viele... Wir sollten uns mal austauschen. Ich bin ein Follower von Ihnen. Also von daher sollten wir das mal wiederholen. Ich packe mal gerne als K zu den KPIs dann noch die Marge, weil da kann man das... Klar, das war ja mein Punkt, Marge. Genau, genau. Kommt dazu. Ganz herzlichen Dank und auf ein baldiges Wiedersehen. Danke, dass du mit dabei warst, Christian. So, jetzt geht es weiter mit Lisa Osada von Aktiengram. Ich hatte gesehen, dass du in deiner Insta-Story deine Community mit eingebunden hattest in die Frage, was du jetzt hier fragen wolltest. Ich bin gespannt. Schieß los. Genau, ja, auch von mir nochmal einen schönen guten Abend und herzlichen Dank für die Möglichkeit heute. Auch, dass eben Privatanlegern diese Möglichkeit geboten wird. Speziell in meiner Community war gerade das Thema Vergleich T-Mobile US und T-Mobile Deutschland ein Thema. Also speziell Synergien zwischen beiden Märkten, vielleicht auch welches Potenzial gibt es und konkret, ob es da vielleicht Themen gibt, wie beispielsweise die App, die ja in Deutschland recht erfolgreich ist oder auch EU-weit auch genutzt wird. Aktuell ist das vielleicht ein Thema, was auch für die USA interessant sein könnte. Oder vielleicht auch andersherum, welche Vorbildfunktionen oder welche Synergieeffekte gibt es vielleicht von T-Mobile US, was sich vielleicht auf Deutschland anwenden lässt. Das wäre meine Frage. Vielen Dank. Also, die Frage stellen wir uns auch jeden Tag. Nämlich die Frage, du hast 300 Millionen Kunden. Wie kann ich eigentlich die 300 Millionen Kunden, wie kann ich die eigentlich in einer so bedienen, dass ich dabei optimal, effizient, auch übrigens schneller arbeite? Weil wenn ich die Zeit habe, irgendwo mit standardisierten Programmen zu arbeiten, dann ist natürlich, ich sage mal, kapazitätsfrei auch für neue Dinge. Übrigens gibt es viele Beispiele. Zum Beispiel der Pullover. Wir haben ja früher diese Aktienkultur, die Coolheit hat uns ja Amerika ein Stück weit mitgebracht, sind wir ehrlich. Also, dass wir unsere Marke so ein bisschen zelebrieren hier in Europa. Das haben wir damals von unserem Markenchef John Ledger in den USA gelernt, der ja sehr untriebig war, der den einen Carrier gemacht hat. Aber jetzt fange ich mal an. Ich fange jetzt mal oben beim Kunden an. Also, im Service tauschen wir uns ganz massiv aus, wie wir unsere Systeme machen. Die Erstlösungsquote, die ich eben genannt habe, haben wir aus Amerika gelernt. Dann haben die nach Europa gehört und haben die heute eingeführt. Übrigens, Amerika nur Mobilfunkgeschäft. Viel einfacher, eine hohe Erstlösungsquote zu haben. Wir haben es an Festnetz angewendet, haben gesagt, funktioniert da auch. Zweites Thema, die Tarife. Es gibt in Deutschland jetzt die neuen Magenta-Tarife. Ich weiß nicht, ob er sie mitgekriegt hat. Übrigens ein riesiger Erfolg. Wir hatten 300.000 neue Kunden alleine im vierten Quartal. Was haben wir gemacht? Wir haben die Family Cards, die Erst-Zwei-Dritt-Karte, die deutlich billiger ist als die Erstkarte, die haben wir nach Deutschland gebracht. Übrigens eines der großen Ancarrier-Projekte aus den USA kopiert und hier in Deutschland eingeführt. Wenn ihr die App mal anguckt, dann gibt es unten auf der App den sogenannten Magenta Moments. Die Magenta Moments ist die Idee. Warum müssen eigentlich so viele Firmen, kleine Firmen so hohe Kosten bezahlen, um bei Google oder bei den großen Werbeplattformen Geld zu bezahlen? Kommt doch einfach zu uns. Wir haben 300 Millionen Kunden Zugang. Macht einen Vorteil. Gibt uns diese Kosten für die Akquisition. Wir geben die übrigens direkt weiter an unsere Endkunden. So ist es entstanden, dass zum Beispiel Pizza in Amerika, die Domino-Pizza wird dienstags angeboten mit einem Rabatt. Die Amerikaner kaufen diese Pizza mit einem riesen Rabatt und sind froh, dass sie bei Timo bei Kunde sind, weil ohne die hätten sie den Rabatt nicht. Das ist eine Win-Win-Situation. Kostet uns eigentlich gar nichts. Bei Magenta Moments gibt es genau das jetzt. Ob das nun Bayern-Tickets sind, ob das Tutorials sind, ob das neue Apps sind, die in den Markt kommen wie Tutorials oder was auch immer. Guckt euch das mal an, Magenta Moments. Da gibt es immer Vorteile nur für den Telekom-Kunden, weil wir mit diesen Unternehmen kooperieren und diesen Vorteil an unsere Endkunden weitergeben. Da hat man seinen gesamten Mobilfunkpreis schon finanziert. Nächstes Thema, mal in die andere Richtung. Wir arbeiten gerade an Open-Ran-Technologie. Das ist eine neue Art, wie wir die Netze bauen werden, dass wir von den integrierten Anbietern Huawei, Ericsson, Nokia unabhängiger werden und beliebig Antennen irgendwo kaufen können und die mit unserem Netz zusammenbinden können. Diese Technologie werden wir dann auch irgendwann in Amerika einführen. Ein riesiger Vorteil für die amerikanische Infrastruktur. Alles, was wir hier im Kleinen machen in Europa, skaliert in Amerika auf einem riesigen Markt. Und wenn es uns gelingt, den Investor zu überzeugen, dass was wir hier in Europa entwickeln, in Amerika, durch diese Größe des Marktes, dann entsprechend eine höhere Relevanz hat, dann haben wir wieder einen Werttreiber für unser Unternehmen. Und das letzte Beispiel, da bin ich auch Schluss, Festnetz. Wir sind überall in unseren Märkten führend in Fiber oder in der Festnetz-Infrastruktur, in der konvergenten Produktbindung von Mobilfunk und Festnetz. Das hat diese sogenannte Stickiness. Der Kunde kauft von uns integriert was und bleibt dadurch oder ist loyaler. In Amerika sind wir nur Mobilfunkanbieter. Wenn wir dieses Know-how des Glasfasers jetzt in Amerika ein Stück weit skalieren, ist da ein riesiger Markt, weil heute in Amerika überhaupt keiner Konvergenz anbieten kann oder nur wenige, nur wenige Märkte. Und das ist ein Thema, wo wir uns gerade mit beschäftigen, wie wir in Amerika eine stärkere, auch die Konvergenzkompetenz, die wir hier haben, das Glasfasernoberhau, was wir hier aufgebaut haben, wie wir das in Amerika exportieren können. Also da passiert sehr viel. Ich könnte jetzt das iPhone jetzt nennen. Wir haben ein eigenes T-Phone. Das T-Phone könnte ich in europäischen Märkten nicht alleine einführen, weil die Märkte zu klein sind. Mit dem Volumen von Amerika macht das aber Sinn und so skalieren wir die Produkte. Da wird einem klar, warum diese Industrien immer von Plattformen reden. Umso größer diese Infrastrukturplattform ist, umso höher auch die großen Vorteile für den Kunden. Es ist das Thema der Zukunft für uns, diese Synergien in der Gruppe zu heben. Vielen Dank. Super, Lisa. Vielen Dank an dich. Und jetzt Max Gampering als Letzter. Max ist ein nicht ganz so großer Influencer wie die anderen dreien, aber uns war Vielfalt wichtig. Er macht gute Analysen. Insofern, Max, deine Frage bitte. Ja, guten Abend, Herr Christoph. Hallo und guten Abend auch an die Zuschauer. Vielen Dank erstmal für dieses Format und Privatanlege. Ich hätte natürlich auch ganz viele Fragen, aber ich beschränke mich jetzt mal auf eine. Und auch zur Transparenz, ich bin kein Telekom-Aktionär, aber als Bundesbürger und dem Anteil von Bund und KfW von rund 30 Prozent ist man natürlich indirekt beteiligt und freue ich mich natürlich über eine starke Telekom. Danke dafür. Jetzt zu meiner Frage. Starlink hat ja mit Direct-to-Sell für 2024 eine neue Technologie vorgestellt, mit der Handys auch direkt mit Satelliten kommunizieren können. Und damit ja auch irgendwo die klassische Mobilfunktechnologie, Funkmasten und Co. zum Teil noch nicht heute, aber perspektivisch überflüssig machen könnten. Sie greifen natürlich auch den stationären Markt mit verlegter Netzauslastung an. Und dann ist natürlich die Frage, droht der Telekom da eine Disruption oder gibt es sogar eine Möglichkeit, davon zu profitieren? Ja, super Frage. Behandeln wir hier auch sehr intensiv. Ich bin immer paranoid und ganz ehrlich, wenn mir einer sagt, pass mal auf, unsere Industrie, wir waren schon immer da, bis da irgendeiner einen Satelliten baut, der uns substituiert. Das dauert so lange. Ja, wir haben es erlebt in unserer Industrie, wie viele Industrien weggeschwommen sind oder abgesoffen sind durch neue Technologien. Man denke nur an die ganze Video-Industrie und die Streaming-Dienste oder und so weiter und so weiter. Von daher nehme ich das schon ernst. Jetzt gibt es ein paar physikalische Limitationen, nämlich die Frage, wie viel Funkspektrum hat eine, das sind ja auch keine geostationäre Satelliten, sondern Low-Orbit, Leo-Stationäre, ungefähr um die 400 Kilometer Höhe, die um die Erde herum kreisen. Das heißt, ich muss sehr viele Antennen haben und auf diesen Satelliten muss ich auch entsprechend Funkspektrum haben, um den Boden, den terrestrischen Verkehr dann entsprechend auch zu substituieren. Dieses Spektrum ist heute nicht, wir sehen das nicht, dass es allokiert ist, noch global verfügbar ist. Es gibt ja kaum globales Spektrum, was auch überall nutzbar ist. Das heißt, die Satelliten sind ja in einer permanenten Bewegung auch um den Planeten. Das heißt, für einen globalen Anbieter wird das noch eine Zeit lang dauern, weil ich sehe auch nicht, wo dieses Spektrum dann geladen werden soll. Zweite Sache ist, man muss sich überlegen, wie viel Kapazität auf Städten oder in den Metropolen über die Mobilfunknetze nehmen. Die explodieren ja regelrecht. Und wir sehen das momentan, dass im Mobilfunk zum Beispiel das Wachstum je nach Markt zwischen 30 und 50 Prozent pro Jahr ist. Das können Satelliten, das Volumen, können die gar nicht abnehmen. Für roale Gebiete, für die nicht so stark besiedelten Gebiete, ist das ein hochinteressantes Thema. Ich bin selber Segler und wer mit Starlink mal gesegelt ist, der weiß, wie super das ist, mit 70 Gigabit pro Sekunde überall auf dem Meeren entsprechend Datenvolumen zu haben. Wenn ich irgendwo in meiner Jagdhütte kein Mobilfunknetz habe, dann ist das wirklich eine Alternative. Oder wenn ich wie in Amerika immer noch sehr viel Landschaft habe, wo überhaupt kein Mobilfunk ist, dann ist das definitiv ein Thema. Für Europa weniger ein Risiko, weil wir haben A, sehr hohe Ausbauverpflichtungen. Wir müssen ja fast in 99,9 Prozent der gesamten Gebietsversorgung rein. Wir haben wenig wirklich richtig unterversorgte Gebiete. Von daher, Europa wird weniger ein Markt für diese Produkte sein. Meine Prognose für die klassische, Sie haben das angesprochen, Konnektivität zum Endgerät, zum Mobilfunkgerät, wird das eine Kernfunktion werden, die eingebaut sein wird. Es wird eine zusätzliche Gebühr sein, die man bezahlt, um immer und überall im Gebirge oder auch in den Landgebieten versorgt zu sein. Aber es wird nicht die Last der Ackergaul für die gesamte Mobilfunkversorgung sein. Den wird man nach wie vor von terrestrischen Anbietern bauen. Das heißt, die Mobilfunkanbieter werden sich Partner suchen, mit denen sie das machen. In Gebieten, wo wenig Mobilfunk ist oder wo immer noch Landschaft ist, die ganz unterversorgt ist, wird es höher attraktiv sein. Siehe die USA, da haben wir einen Deal mit Starlink gemacht. Wir integrieren dieses Jahr zum ersten Mal in das Mobilfunkgerät Starlink und werden das dann auch unseren Kunden anbieten. Für Europa sind wir auf der Suche nach den richtigen Partnern. Aber auch da werden wir es irgendwann integrieren. Ja, wunderbar. Vielen Dank für die interessante Antwort. Es gibt einiges an Einblick. Sehr gut. Ja, dann vielen Dank an euch für eure Beteiligung heute Abend, für euer Engagement für die Aktienkultur in Deutschland. Und wir sehen uns auf jeden Fall auf der Invest Ende April in Stuttgart. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil. Wir haben nur noch vier Minuten bis 20 Uhr. Das haut nicht hin. Insofern, wir werden auf jeden Fall überziehen. Und wir beginnen mit dem Thema, was sicher für alle Aktionäre relevant ist, nämlich die Aktionärsvergütung, also Dividende und Aktienrückkauf. Eine Frage war, das betraf den Aktienrückkauf, der ja angekündigt war, zwei Milliarden Euro. Wo stehen wir da heute? Wie viel haben wir schon ausgegeben? Und was haben wir dafür bekommen? Also wir haben bisher für ungefähr 300 Millionen zurückgekauft. Das heißt, das ist nur ein ordentlicher Batzen, der auch noch im Markt verfügbar ist. Wir haben rund 22 Euro, ich glaube 43 pro Aktie bezahlt für die Aktien, die wir zurückgekauft haben. Und wir haben ungefähr 14 Millionen Aktien momentan eingesammelt. Nochmal vielleicht auch zum Hintergrund. Wir haben mal eine Verwässerung gehabt bei uns im Aktionärsvermögen, als wir den Deal mit Softbank gemacht haben, als wir Aktien von den Softbank-Leuten von T-Mobile in Telekom-Aktien getauscht haben. Wir haben gesagt, diese Verwässerung wollen wir zurückholen. Und auf diesem Weg sind wir gerade. Wir haben das versprochen und werden wir es auch halten. Und von daher, es wird noch ein bisschen dauern, aber wir machen das mit Augenmaß. Und momentan sind wir da auf gutem Weg. Sehr gut. Verlässlich und transparent. Jeden Tag, an dem Aktien gekauft werden, werden die Zahlen auf der Webseite veröffentlicht. Nächstes Thema, Platzierung von Telekom-Aktien durch den Bund. Was können wir dazu sagen? Also ich kann jetzt nicht für den Bund sprechen, tue ich auch nicht. Ich würde natürlich als Telekom-Aktionär, und ich bin großer Telekom-Aktionär, würde ich natürlich momentan keine Aktien verkaufen. Aber das ist nun mal Entscheidung des Eigentümers. Und das wird er sicherlich dann sich auch überleben. Der Bund hat gesagt, dass er rund 4 Milliarden Euro durch Anteilsverkäuze erlösen möchte. Wir kennen alle die defizitäre Situation momentan. Es soll zur Finanzierung der Deutschen Bahn genutzt werden. Also von daher viel Erfolg. 2 Milliarden Anteile an der Deutschen Post, also an der DAL, wurden Anfang Februar bereits platziert. Von daher, wir werden vom Bund informiert, wenn es dann soweit ist. Ich sage mal, wir wissen momentan auch nicht mehr. Und von daher schauen wir und hauen wir der Dinge. Sehr gut. Mehrfach gefragt wurde die Quartalsdividende. Das hatte Hannes Wittig im letzten Webcast schon angesprochen. Das ist sehr schwierig in der deutschen Gesetzgebung, weil ein HV-Beschluss für die Ausschüttung der Dividende nötig ist. Aber die T-Mobile USA, die ja inzwischen auch eine Dividende ausschüttet, die wird bei ihrer Quartalsdividende bleiben. Wir kommen zum nächsten Themenblock. Das sind die großen, übergreifenden Themen. Tim, du hast es schon mehrfach angesprochen, AI. Was bedeutet das für das Geschäft der Telekom einerseits für den Mehrwert für den Kunden? Du hast es schon erwähnt. Was passiert beispielsweise auf dem T-Phone? Was ist noch daneben? Und was bedeutet es für die Effizienz innerhalb der Telekom? Also künstliche Intelligenz ist gekommen, um zu bleiben. Also ich sage mal, da wette ich jetzt alles drauf. Das ist keine Modeerscheinung. Wir haben ja viele Modeerscheinungen gesehen. Ich bin übrigens auch der Meinung, dass Web 3.0 oder Blockchain die Themen auch wiederkommen werden. Aber AI hat so eine Relevanz. Es betrifft jeden Menschen, ja heute schon. Wir fühlen uns ja auch alle irgendwie betroffen. Und es betrifft jeden Bereich, in dem wir arbeiten. Ob das nun kreative Berufe sind, ob das nun Routinetätigkeiten sind, ob das die Industrieproduktion ist oder ob das digitale Industrien sind. Ob das Unternehmen sind, die Daten verarbeiten oder ob es Prozessindustrien sind. Egal wo ich bin, ich kann überall künstliche Intelligenz nutzen, um produktiver zu werden, um bessere Angebote für meine Kunden zu machen. In der Regel individualisiertere Angebote. Ich bin in der Lage, schneller zu werden. Ich habe einen hohen Produktivitätsgewinn durch viele Themen. Und von daher, alle Bereiche sind davon tangiert. Wir haben über 400 Projekte bei der Deutschen Telekom aktuell. Und ich sage mal, ich weiß, ich kenne nicht alle, die wir uns anschauen. Und wir arbeiten in dem Netzausbau mit künstlicher Intelligenz. Ich könnte jetzt die Beispiele sagen. Für diejenigen, die das wirklich interessiert, einfach mal anschauen, meinen Vortrag auf der MOBA Work Congress. Da habe ich unsere Beispiele, unser Konzept vorgestellt. Wir haben ein Competence Center gebaut, was der Organisation hilft. Auch denen, die es nicht können. Also in Bereichen, die jetzt nicht die klassische IT-Kompetenz haben, sie zu unterstützen. Wir kaufen zentralisiert unsere Lizenzen ein bei den unterschiedlichen Herstellungen. Wir bauen ein großes LLM. Also wir bauen ein eigenes telekommunikationsspezifisches Large Language Model auf mit Partnern aus der Welt wie SK Telekom, wie Softbank oder Etisalat. Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Aber das ist jetzt ein riesen Wettbewerb. Und ich kann nur jedem Unternehmer, jedem, der vielleicht irgendwo einen Betrieb hat, empfehlen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Weil wer es nicht tut, der wird irgendwann von einem überholt, der die Vorteile von künstlicher Intelligenz nutzen. Und von daher, ich würde das gerne vertiefen, um auch zu zeigen, was da alles machbar ist. Das ist beeindruckend. Das wird jetzt sicher auch ein Thema für den Kapitalmarkttag im Oktober sein. Das Video von dem Vortrag von Tim Höttges vom Mobile World Congress, das ist verfügbar auf unserem Investor Relations YouTube-Kanal, über den wir jetzt auch gerade streamen. Wiederum mit den Sprungmarken. Insofern, da können Sie sich die acht Beispiele, die da sehr konkret gegeben wurden, anschauen. Ich kann das auch bestätigen. Investor Relations ist auch eine der Abteilungen, die daran arbeiten. Für uns beispielsweise die Frage, wie können wir ein Chatbot bauen, dass Sie die Geschäftsberichte befragen können, dass Sie unsere Publikationen befragen können und dann dazu Fragen stellen können. Das ist nur ein Beispiel. Komplett jede Abteilung in der Telekom arbeitet an dem Thema und stellt sich diese Fragen. Nächstes Thema, Innovation. Du hattest es schon gesagt, die Investition in die Glasfaserstruktur. Das ist unser Weg, wie wir den Fortbestand der Telekom 10, 20 und in Dekadenjahren sichern. Was machen wir sonst noch, um die Telekom im Wettbewerb für die nächsten 10 bis 20 Jahre aufzustellen? Das ist eine gigantische Frage. Also ich fange immer in unserer Lasagne-Logik an. In der Lasagne, die unterste Schicht ist erstmal Infrastruktur, moderne Infrastrukturs. Dazu gehört für mich erstmal 5G und natürlich das Glasfaser-Thema. Und das sind die, da müssen wir führend sein. Und dann gibt es die Network of Networks. Das haben wir eben schon gehört von dem Kollegen, der gesagt hat, was machst du eigentlich mit Satelliten? Wir müssen die Satelliten integrieren in unsere Angebote, ob das nun die IoT-Angewendungen sind, also Internet of Things, also Industrielösungen sind oder ob das auch, ich sage mal, die Versorgung von Gebieten sind, die nicht dazu gehören. Da gehört Satelliten dazu und da hört auch Wi-Fi-Technik dazu, wenn ich jetzt an Campus-Infrastrukturen und andere denke. Dann haben wir den Layer da drauf, eine Software. Wir müssen es schaffen, in der Zukunft Software zu begreifen, wie die großen Hyperscaler oder auch die Internetkonzerne. Deswegen sagen wir auch, Leading Digital Telco wollen wir werden. Wir wollen das digitalste Unternehmen werden, weil alles wandert in die Cloud. Die Netzsteuerungen, die Kundendaten sind da schon. Die Applikationen, die wir entwickeln, das ganze Thema Kundeninteraktion ist über Software heute sehr stark beeinflusst. Ob jetzt nun der Agent bei uns Informationen über den Kundenkontakt kriegt oder ob es nun die Online-Plattform ist, wo der Kunde sich selbst administriert. Wir müssen es verstehen, diese Software, diesen Software-Layer für unsere 300 Millionen möglichst standardisiert mit hohen Synergien zu entwickeln, damit wir auch da entsprechende Wettbewerbsvorteile erarbeiten können, Software skalieren. Und dann haben wir natürlich auch immer die Aufgabe, über die Konnektivität hinaus für unseren Kunden Mehrwert zu schaffen. Also wenn ich ein Netz verkaufe an einen Geschäftskunden, will der ein sicheres Netz haben, dann sind also Security-Anwendungen wichtig. Wenn der Kunde eine Anwendung für seinen Industrie-Campus haben will, dann sind natürlich, ich sage mal, nicht nur die Steuerung, die Netzsteuerung dafür erforderlich, sondern dann braucht er auch gewisse Applikationen dazu. Er möchte eine Cloud haben, wo er seine Daten entsprechend hinterlegen kann. Und er möchte natürlich auch, ich sage mal, Kommunikationstool haben, dass er über seinen Standort hinweg kommunikazieren kann. Nur als ein Beispiel, wir brauchen immer auch neue Umsatztreiber, die neben dem Kern-Infrastrukturgeschäft neue Umsatzströme ermöglichen. Aber das würde jetzt zu weit gehen, die alle auszuführen, sowohl im Consumer- als auch im B2B-Geschäft. Sehr gut. Dann skippen wir die nächste Frage im Sinne der Zeit. Zu Nachhaltigkeit gab es ein paar Fragen. Wir hatten einen großen Nachhaltigkeitstag. Der gesamte Vorstand hat erklärt, wie wir das Thema angehen. Auch bei uns im YouTube-Kanal Empfehlung, sich das anzuschauen. Klima ist das Thema, Kreislaufwirtschaft und gesellschaftlicher Zusammenhalt die wichtigsten Themen, die wir in dem Thema angehen. Gehen wir zur T-Mobile USA. Nächstes Thema Wachstumsaussichten. Wir hatten gesehen, ländliche Gebiete. Wir hatten gesehen, Breitband über Mobilfunk. Da sind wir ja in einer Art von Aufholwettbewerb. Also wir bauen unseren Marktanteil dahin aus, wo wir eigentlich hingehören. Wie lange trägt uns das? Also wie lange wird es dauern, bis wir das erreicht haben? Und wie geht es dann weiter? Also erst mal, wie gesagt, derjenige, der das beste Netz hat, hat immer einen Vorteil. Und wir haben es jetzt geschafft, alle zu überholen. Das sagen nicht wir, das sagen die unabhängigen Netztests. Und von daher sind wir mit unserem 5G-Netz für 300 Millionen Kunden gut unterwegs. Zweitens, wir haben in den Städten, in den großen Metropolen, fast überall die Marktführerschaft. Aber in den kleineren Gebieten, wo wir in der Vergangenheit nie präsent waren, bauen wir jetzt auf und da haben wir noch niedrige Marktanteile. Da wachsen wir ganz stark. Übrigens zweistellig im Zuwachs. Ländliche Gebiete und die mittelstädtischen Regionen. Dann waren wir in dem Geschäftskundensegment da. Der Geschäftskunde will immer das beste Netz haben. So, das heißt also, wir haben hier entsprechend auch neue Wachstumsgeschäfte im Geschäftskundenmarkt. Wir wachsen hier deutlich und wollen hier einen Fair Share mit den großen Anbietern erreichen. Und dann haben wir ein neues Geschäft für uns erfunden. Man soll es nicht glauben, aber die amerikanische Festnetzstruktur ist sowas von schlecht, dass wir mit einem Angebot aus Mobilfunk für zu Hause, also Fernsehen über das Mobilfunknetz, dass wir über die klassische Home-Anwendung über Mobilfunk ein Riesenwachstum haben. Wir gehen davon aus, dass wir über acht Millionen Haushalte mit sogenannten Fixed Mobile Substitution oder High-Speed Internet, wie wir es nennen, versorgen können. Und da wachsen wir momentan auch entsprechend stark. Das heißt, wir sind momentan an vielen Bereichen, Geschäftskundensegment, im Bereich der ländlichen Versorgung und im Bereich von High-Speed-Internets, also des 5G für zu Hause mit Wachstum unterwegs. Und da sehen wir noch riesiges Potenzial. 140 Millionen Menschen sind allein in Gebieten, die heute mit Marktanteilen deutlich unterproporzierten Marktanteilen bei uns vertreten sind. Also wir haben noch richtig Potenzial, weiterzuwachsen. Sehr gut, dann gehen wir direkt weiter zu Deutschland und der Frage, was passiert eigentlich mit den Kupfernetzen, wenn die Kunden auf Glasfaser umgestiegen sind? Also erstmal, wir haben natürlich auf der einen Seite etwas getan, was viele Länder nicht getan haben. Wir haben unser Kupfernetz ertüchtigt mit Vectoring und Super Vectoring. Das konnten die übrigens gar nicht, weil die Durchmesser, deren Kupfer war viel dünner als bei uns und deswegen konnten die das Netz gar nicht so ertüchtigen. Die Dämpfung wäre zu hoch gewesen und das haben wir geschafft. Und wir sind damit auch sehr gut gefahren, weil ohne die Ertüchtigung von diesem Netz wären wir nicht so gut durch die Corona-Krise durchgekommen. Aber jetzt ist Fiber, Glasfaser die Zukunft. Übrigens, ich habe gerade heute meinen Glasfaseranschluss zu Hause bekommen. Mein Sohn schickte mir sechs Emois, you know, Herzchen und sagte, das wäre jetzt mit einem Gig haben wir zu Hause jetzt. Natürlich sensationell und es hat wunderbar funktioniert. Ich kann nur jedem empfehlen, der das Angebot hat, es auszunutzen. Wir schaffen das. Aber wie gesagt, wir müssen dann irgendwann so schnell wie möglich die Kupferinfrastruktur abschalten. Warum? Erstens aus nachhaltigen Gründen. Es macht keinen Sinn, so viel Energie zu verplempern für zwei Netze. Zweitens vor dem Hintergrund auch der Wirtschaftlichkeit. Wir müssen zwei Netze dann parallel betreuen, nämlich das Kupfernetz und das Glasfasernetz. Und drittens, auch vor dem Hintergrund, es gibt eigentlich keine Anwendung, die man nicht auf dem Glasfasernetz dann auch sicherer führen kann. Das ist auch wesentlich stabiler, diese Infrastruktur, weil sie einfach eben noch neuer ist. Und deswegen natürlich, umso schneller wir dann in die Migration Chance reinkommen, umso schneller werden wir es auch tun. Dafür brauchen wir aber auch die politischen Rahmenbedingungen. Da sind wir gerade daran, das zu arbeiten. Wir probieren das mit der Bundesnetzagent aus. Die machen das sehr konstruktiv. Wir haben zwei Versuchsregionen, wo wir das jetzt ausprobieren. Und da, wo wir Glasfaser ganzheitlich ausgebaut haben, können wir dann auch entsprechend die Kupferinfrastruktur dann abschalten. Das wird uns in den nächsten Jahren weiter begleiten und es wird uns wirtschaftlich enorm helfen. Sehr gut. Dann die nächste Frage zum Thema Fachkräftemangel. Wie gehen wir das Thema an? Was bedeutet es für die Telekom? Ja, Fachkräftemangel. Also ich glaube, der Umbau, der wird weitergehen in der Industrie. Und wir brauchen da auch entsprechend neue Berufe bei uns in der Telekom. Also wir beide brauchen das ja auch. Wir brauchen ja auch AI in Investor Relations. Ja, also wir brauchen viel bessere auch Antwortstools für unsere Aktionäre. Also warum muss ich hier stehen? Warum könnte nicht auch viele der Fragen durch einen Avatar von mir beantwortet werden? Das wird kommen und ich werde mich dann auf spezielle Fragen konzentrieren, die wir vielleicht noch nicht beantworten haben. Aber wir sollten das auf jeden Fall überall nutzen. Zweitens, wir brauchen Experten für die Infrastruktur, Glasfaserausbau. Wir haben über 1000 Menschen eingestellt bei der Deutschen Telekom, weil wir draußen keine Menschen dafür bekommen. Der Markt ist einfach wie leergefügt. Ich verstehe es zwar nicht, weil offensichtlich haben wir im Hochbau ein Riesenproblem, aber man kann die Menschen nicht in den Tiefbau bringen. Also machen wir es selber. Und dann haben wir natürlich die ganzen Softwarebereiche, die wir im Unternehmen haben, um diese ganze Strategie auch umzusetzen, der Leading Digital Telco. Gleichzeitig verlieren wir aber auch über die Demografie Menschen. Das hilft uns ein Stück weit. Ich sage mal, das Fachkräftethema hat sich ein bisschen entspannt gegenüber den letzten zwei, drei Jahren. Das ist zumindest mal meine Wahrnehmung. Natürlich AI-Spezialisten zu kriegen ist momentan durchaus eine Herausforderung. Aber die Internationalität der Telekom, die Möglichkeit, wenn wir in Deutschland die Leute nicht finden, sie dann irgendwo in unserer internationalen Community irgendwo zu rekrutieren. Unsere Menschen, die wir in Indien aufgebaut haben, wir haben, ich glaube, über 6.000 Menschen in Indien beschäftigt. Das hilft uns, ich sage mal, das Fachkräfteproblem ein Stück weit zu lösen. Aber das ist ja das Schöne an so einer internationalen Gruppe, die wir haben, dass wir uns auch gegenseitig unterstützen können, was solche Aufgaben betrifft. Lisa hatte ja gesagt oder gesprochen von der App, die wir hier in Deutschland haben. Tim, du hattest gesprochen von dem Magenta Moments, wer sich fragt, wo finde ich die denn? Die gibt es eben in der App. Und diese App, die nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, in allen Ländern Verwendung findet, die ist eben insbesondere durch Unterstützung der Teams in Indien entstanden. Auch das ist Teil von Skalierung, solche Plattformen und solche Produktionseinheiten sich leisten zu können. Jetzt haben wir schon 13 nach. Insofern kommen wir zu einem Ende. Ich hatte ja gesagt, die Fragen, die sich auf die Aktien beziehen, die werden auf jeden Fall beantwortet. Hannes Wittig, Leiter Invest Relations, wird sich dafür Zeit nehmen. Wir werden es auf den YouTube-Kanal hier hochladen. Es bleibt mir jetzt noch auf die Veranstaltung nochmal hinzuweisen. Und zwar einmal die HV. Das hatten wir gesagt, das ist am 10. April hier in Bonn. Herzlich willkommen, wer sich dafür einlädt, wer sich dafür anmeldet, hierher zu kommen. Wer nicht hier in Bonn sein kann, der kann auf jeden Fall über den Webcast teilnehmen, ebenfalls hier über den Kanal. Dann kommt die Invest Ende April in Stuttgart. Das ist die größte Anlegermesse in Deutschland. Die Telekom wird die Blogger Lounge sponsern. Das ist der letztlich Ort, wo am meisten los ist, wo auch die Finfluencer sind, wo die Interaktion stattfindet. Ich selber werde auch da sein. Sprechen Sie mich gerne an. Lassen Sie uns in den Austausch kommen. Und dann im Oktober, 10.11. kommt der Kapitalmarkttag. Der Event der Telekom, der alle drei Jahre stattfindet, wo wir den Ausblick geben, wie es mit der Telekom weitergeht. Und Tim, es wird ja schon intensiv daran gearbeitet. Du hattest in den Calls mit den institutionellen Investoren auch schon mal einen Ausblick gegeben, was Themen sein könnten. Wer sich das anschauen mag, auch die sind auf dem YouTube-Kanal. Die haben deutsche Untertitel, die finden zwar in Englisch statt, die haben auch die Sprungmarken. Insofern schauen Sie sich gerne um. Abonnieren Sie den Kanal, klingel an, dann sind Sie immer auf dem Laufenden. Wir blenden jetzt gleich noch mal einen Link ein und bitten um Ihr Feedback. Das ist ein ganz kurzer Fragebogen, nämlich nur zwei Fragen. Insofern, das geht sehr schnell, aber Sie helfen uns dabei, besser zu werden. Kontaktdaten von Investor Relations finden Sie auf der Internetseite. Insofern nutzen Sie die Gelegenheit. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen zur Telekommunikation haben. Wenn Sie einen Punkt haben, wo Sie sagen, eigentlich ist die Telekom ja attraktiv, aber ich habe Bedenken, weil, dann lassen Sie uns in den Austausch kommen und wir helfen Ihnen dabei gerne. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Zuschauen, bei den Finfluencern, die mit dabei waren. Tim, ganz herzlichen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Nein, nein, ich komme auch gerne wieder. Also ich werde jetzt viel stärker auch das Thema Social Media hier in dem besprechen. Wir sollten nicht nur, ich sage mal, TikTok und Instagram zur Unterhaltung nutzen, sondern auch fürs Geschäfte machen. Und ich glaube, man kann viel mehr Transparenz über ein Unternehmen schaffen, wenn man auch auf diese Kanäle präsent ist. Wir wollen da auch führend sein. Also von daher, ich komme auch gern zurück, wenn das Interesse dafür besteht. Aber dafür brauche ich das Feedback. Also von daher, lassen Sie uns das planen. Und ich sehe es ja an den Fragen. Da ist noch viel offen und lassen Sie uns das wiederholen. Klasse. Ganz herzlichen Dank. Ihnen allen einen schönen Abend. Danke. Tschüss. Danke. 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 Danke.